Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als in westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Liebe Amarina, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild erscheint bildhaft dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. Das habe ich in Teil 2 alles erklärt. Dieser Geburtshoroskop bleibt bestehen, da ändert sich gar nichts. So war die Sternenhimmel über dich in dem Ort, wo du geboren bist, in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist dieser goldene Weg, was deine Seele ausgesucht hat, dein Schicksal. Und so stand das alles im Sternen geschrieben. Dieser Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Also das bleibt stehen. Was aber nicht stehen bleibt, das bist du, weil du machst Lebensschritte in sieben Jahrenperiode. Und alle sieben Jahren ändert sich die Lebensumstände, auch die Interesse. Und du befindest dich gerade in einer Löwe-Periode. Das heißt, jetzt ist sehr wichtig, dein Selbst sehr wichtig, Anerkennung zu bekommen. Und all das, was dein Herz berührt. Weil die Tierkreiszeichnung Löwe hat einen Bezug zu unserem Herzen. Über die Tierkreiszeichnung Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist die Zentrum unserem Sonnensystem. Unserem Herz ist die Zentrum unserem Körper. Hier ist eine gewisse Verbindung da. Löwe bedeutet auch die Selbstdarstellung. Und du möchtest auch diese wahrgenommen werden, möchtest gerne diesmal im Mittelpunkt stellen. Und stärkst du auch dein Herz, stärkst du auch dein Selbst. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Löst etwas im Horoskop aus. Aber jetzt mal kurz zurück noch zu deinem Geburtshoroskop. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten in deinem Geburtshoroskop stehen, diese Lebensbereiche sind für dich sehr wichtig. Und das ist die Kommunikation. Auch etwas lernen. Auch deine Wohnsituation. Du brauchst auch Basis, Fundament, Stabilität, Sicherheit in deinem Leben. Dann möchtest du dich behaupten im Alltag. Partnerschaft ist für dich auch wichtig. Dann lernst du mit deinen Gefühlen umgehen, das Verbessern, Transformieren. Ausland, Ausland, Reisen ist auch wichtig, aber bedeutet auch eine innere Reise. Anerkennung, Ansehen, Berufung ist auch sehr wichtig und auch die Geheimnisse des Lebens und auch Freundschaften, Bekanntschaften. Und jetzt schauen wir an, wo befindet sich Sonne und die Planeten. Mond möchte ich nicht eingehen, sonst ist diese Aufnahme sehr lang. Aber wenn du meine Tageshoroskopen anschaust, dann kannst du das jeden Tag verfolgen und auf dein Geburtshoroskop dann übertragen. Dann weißt du ganz genau, wo in welchen Lebensbereichen kommen Veränderungen. Ich beginne mit dem langsamen Planeten. Die langsamste ist die weiteste Planet und das ist Pluto. Pluto befindet sich nach dieser indischen Berechnung. Im Januar 2019 in der Türkreis zeichnen, schütze, Pluto im Schütze. Pluto bleibt ganzes Jahr hier im Schütze. Aktiviert bei dir in dieser Zeit zwei Lebensbereiche. Das sind die Werte, Wertschätzung, Finanzen und etwas Neues lernen oder die Kontakte zum Geschwister, Verwandten, Nachbarn. Auch unterwegs sein in deiner vertrauten Umgebung, vieles Neues entdecken, kleinere Veränderungen, kleinere Reise, aber auch Internet. Aber bleib in deiner inneren Kraft und lass das nicht zu, das Bekannten, Verwandten zu viel Zeit und Energie rauben. Sondern befestige das, was du wirklich willst und stehe zu deinen Werten. Neptun befindet sich im Türkreis zeichnen Wassermann und bleibt ganzes Jahr in Wassermann. Neptun bedeutet ein Traum. Neptun bedeutet auch traumhaft, schön etwas gestalten, wirkt in deiner Wohnsituation. Neptun ist die inspirierende Kraft und das ist gerade die Basis. Lass dich von etwas inspirieren. Neptun hat auch einen Bezug zu unseren Träumen. Aber Neptun kann auch täuschend wirken und da sollst du auch aktsam sein, wen lässt du in Haus rein, mit wem hast du Kontakte, nicht dass jemand versucht, dich in dieser Zeit vortäuschen etwas oder dich enttäuschen. Aber die schöne Energie des Neptun ist die Kreativität, die Intuition, die Inspiration und das gibt dir diese Quelle, gerade die Basis, die Fundament. Und mit Wassermann-Energie bringt dich zu neuen Ideen. Neptun wirkt nicht nur im vierten, sondern auch im fünften Bereich, Lebensbereich. Und dann kannst du etwas schön künstlerisch mit dieser Begabung, mit diesem Einfluss gestalten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und nach dieser indischen Berechnung wird Uranus ein ganzes Jahr im Wider bleiben, sogar nächstes Jahr auch. Uranus im Wider löst bei dir sehr vieles aus, weil du hast sehr viele Planeten in Tierkreis zeichnen, inklusive die zwei Lichter Sonne und Mond. Also es ist ein sehr wichtiger Lebensbereich für dich, die sechste und siebte Lebensbereich und stehst so in Uranuseinfluss, wo hier Umbrüche und Veränderungen kommen, auch in Partnerschaft. Aber Uranus in Gesundheit, muss ich erwähnen, Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Und wenn dein Alltag zu stressig ist, dann achte darauf, dass du zur Ruhe kommst, zum inneren Gleichgewicht, weil das stärkt das Nervensystem und wirkt heilsam auf den Gesundheitszustand. Saturn ist der Planet, der Schicksal zeigt auch Lernaufgaben. Saturn befindet sich im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze und hier belehrt dich und bringt etwas in Form. Was lehrt dich? Zu deinen Werten stehen. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter schenkt auch Optimismus und Jupiter bringt auch Glück in unserem Leben, ist im Skorpion, also wirkt auch an deinem persönlichen Umfeld. Jupiter wirkt auch an deine Persönlichkeit und bringt Glück in Finanzen. Mars setzt etwas in Bewegung oder bedeutet eine männliche Person und hier hast du Mars-Einfluss im fünften, sechsten Lebensbereich, wo du deine Kraft einsetzen sollst oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Venus ist die weiblichen Energie, zeigt auch dich als Frau, bei Venus Energie verschönern wir etwas. Venus hat auch einen Bezug zum Liebe, Partnerschaft, aber bedeutet auch Kontakte mit einer weiblichen Person. Venus befindet sich auch in Fischen, nein, habe ich das nicht richtig vermittelt, Venus ist im Wagen. Genau, hier ist die Venus Energie und das bedeutet für dich, gerade wo Venus auch im zwölften Lebensbereich auch wird, eine Liebesangelegenheit soll im Geheimen bleiben. Im zwölften Lebensbereich sind auch die geheime Feinde und das kann zur Zeit eine weibliche Person sein. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen durch Merkur Energie, ist zum Erwarten, dass ein Nachricht kommt oder haben wir Gespräche oder Termine oder wir unterschreiben einen Vertrag. Kann auch bedeuten, wir lernen etwas bei Merkur Einfluss. Merkur befindet sich im Schütze und hat einen Einfluss auf zweiter und dritter Lebensbereich. Sonne ist die Lebensenergie, die Lebenskraft, zeigt auch Monatsthemen genau hier im Schütze. Mond, ich erwähne die Mondphasen Vollmond, Neumond und Halbmond bei einem Neumond und da hast du einen persönlichen Bezug dazu, weil du selber auch bei Neumond geboren bist. Neumond ist wichtig, ein gewisser Rückzug, etwas verinnerlichen oder mehr Klarheit zu bekommen in einer bestimmten Situation. Aber es ist wichtig, erstmal etwas verinnerlichen, also nicht unüberlegt handeln, sondern erstmal Klarheit zu bekommen über etwas oder etwas verinnerlichen. Immer dort, wo der Neumond befindet, zeigt die Themen an. Bei Wieder-Neumond ist Neuanfang, Veränderungen, all das, was uns begeistert, das zu verinnerlichen. Bei Stieren natürlich Besitz, Finanzen, bei Zwillingen Kontakte, Kommunikation, Verbindungen, kleine Reisen. Also immer die Themen, was die einzelnen Tierkreiszeichen vermitteln und nicht nur die Tierkreiszeichen symbolisieren dann etwas, sondern in welchem Lebensbereich in deinem Horoskop ein Neumond wirkt, das sollst du immer verinnerlichen. Wenn das zum Beispiel hier Schütze-Neumond ist, dann für dich ist wichtig die Finanzen, die Werte, aber auch die Kontakte zum Bekannten oder Verwandten. Ein Vollmond ist die volle Licht, beleuchtet etwas, da haben wir die Wahrheit, auch die Klarheit und die Orientierung oder haben wir dieses Bedürfnis nach Wahrheit, nach Klarheit, nach Orientierung. Da wird dieser Lebensbereich und die Tierkreiszeichen, wo dieser Vollmond stattfindet, beleuchtet für uns etwas, zeigt den Weg, wo wir handeln sollen. Ein Halbmond ist immer Spannung gelöst, Unsicherheit aus, Nervosität oder in unserer Umgebung erleben wir das alles so hektisch. Jetzt sind wir schon Ende Januar, also 27. Januar muss ich erwähnen, dann ist Halbmond in Tierkreiszeichen, Jungfrau. Februar, Sonne, Merkur und Venus, die ändern sich immer in Positionen, jeden Monat. Venus ist im Schütze und das kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Merkur befindet sich im Steinbock, hier hast du Kontakt zu Verwandten, kann auch bedeuten, dass du zurückziehst von Verwandten, Bekannten und kaufst lieber ein Buch und genießt die Zuhause und liest du etwas Schönes. Sonne befindet sich auch im Steinbock, das sind Monatsthemen und beleuchtet dir die dritte, vierte Lebensbereich. Rahu und Ketu, das ist auch wichtig, Ketu, was die alte Karma, karmischen Erinnerungen zeigt. Ketu ist bis März 2019 im Steinbock, das sind alte Erinnerungen und Rahu zeigt den neuen Weg. Rahu befindet sich bis Ende März in Tierkreiszeichen, Krebs aktiviert hier karmischen Themen, Lernaufgaben, eine neue Richtung, die Suche nach etwas. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Wider, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. März, Merkur, Sonne, Venus und Mars ändert sich. Mars übergeht im Wider und da kannst du damit rechnen, dass du dich im Alltag behaupten musst, Kraft zeigen, aber bedeutet auch eine männliche Person, wo hier auf den Alltag wirkt, aber auch auf den Partnerschaft. Sonne ist die Monatsthema und gibt die Lebenskraft, die Lebensenergie und das ist im Wassermann. Deine Wohnsituation wird hier beleutet, entweder kommt mehr Klarheit in deine Wohnsituation, klärt sich etwas auf oder das ist einfach ein wichtiger Lebensbereich in diesem Monat. Merkur ist im Fischen, das sind Gespräche mit den Kindern oder über Arbeit, Alltag, kann auch Arztterminen auch bedeuten, wenn hier um Gesundheit auch geht. Und Venus ist im Steinbock, das sind Verbindungen zum weiblichen Personen oder deine eigene Weiblichkeit oder du gestaltest etwas kreativ, schön. 6. März wird Merkur rückläufig. Was bedeutet diese Rückläufigkeit? Gerade bei Merkur-Energie, wo es um die Gespräche handelt, entweder wird das gebremst und es geht nichts voran oder bekommst du keinen Termin, das zögert sich alles. Eine Rückläufigkeit bedeutet auch alte Vergangenheit, einfach Vergangenheit, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 6. März ist Neumond im Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond im Skorpion. April, Jupiter übergeht im Schütze. Hier hast du Gewinnchancen oder die Finanzen zu verbessern, aber Jupiter neigt dazu etwas übertreiben, also achte auf die Finanzen nicht, dass du etwas übertreibst. Am April. April ändert sich auch die Mondknotenposition. Die alte Karma, Ketu, ist im Schütze und bleibt ein ganzes Jahr im Schütze. Und hier sind karmische Themen, was die Werten, Selbstwertgefühl und die Finanzen betrifft. Und die neue Richtung, Rahu, wo auch einen karmischen Weg zeigt, ist in der Zwillinge. Und das bleibt, Rahu bleibt auch ein ganzes Jahr in der Zwillinge. Sonne ist in Tierkreis, zeichnen Fischen. Da fließt die Lebensenergie und zeigt auch Monatsthemen. Und Venus ist im Wassermann. Merkur ist auch im Wassermann. Merkur war rückläufig, kehrte zurück zum Wassermann. Das kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück und besucht dich. Das ist immerhin im wohnlichen Bereich. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond im Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai Sonne, Merkur, Venus. Auf jeden Fall, die ändert sich jeden Monat. Mars jeden zweiten Monat, durchschnittlich. Mars ist im Stier. Hier hast du eine männliche Person. Ein Einfluss und das hat einen Einfluss auf das Liebesleben. Im siebten Lebensbereich. Merkur und Venus ist in Tierkreis zeichnet Fischen. Da kommen Gespräche mit weiblichen Personen. Und Sonne ist im Wider. 4. Mai ist Neumond im Wider. So wie in deinem Geburtshoroskop auch. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Mai, das habe ich nicht gezeigt. Also Mai kehrt Jupiter zurück zum Skorpion. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zum Skorpion zurück. Juni Sonne 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 Merkur ist im Stiermaß, ist in Zwillingen. Das kann für dich bedeuten, dass du hier ämtlichen Themen hast, Termine oder Verträgen. Und mit dieser Marsenergie kann für dich bedeuten, eine Reise, Kontakte im Ausland oder Fremdsprache oder eine männliche Person ist im Ausland oder kommt von Ausland. Venus befindet sich im Wider. Venus als Planet hat einen Bezug bei Gesundheit auf den inneren Gleichgewicht und auf unserem Nierenwert. Und im sechsten Lebensbereich handelt sich auch um Gesundheit, aber Venus ist die Liebesplanet und im Wider hat ein Einfluss auf den siebten Lebensbereich auch. Also wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Juni ist etwas Besonderes. In Tilgrei zeichnen Schütze eine rückläufige Saturn, was auch diese Rückläufigkeit Vergangenheit zeigt und oft karmischen Themen. Dann eine rückläufige Pluto und Ketu, diese karmischen Knoten, stehen in einer Konjunktion, das bedeutet, die wirken gemeinsam. Und das ist Juni 2019 und hier aktiviert alten karmischen Erinnerungen, karmischen Themen, karmische Lernaufgabe. Und das ist die Werte, Wertschätzung, Finanzen und das zeigen auch bei Verwandten, bei Geschwistern auch. Und dieser Respekt dann auch, diese Wertschätzung auch verlangen. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier, 10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Hat ein Einfluss auf das Ansehen, hat ein Einfluss auf deine Ziele, auf deine Vorstellung und auch auf den Freundeskreis. Bekanntenkreis. Merkur ist Merkur ist im Krebs Und Mars ist im Krebs. Und Mars ist im Krebs. Jetzt habe ich die Monate verwechselt. Ich habe die Monate verwechselt. Juli habe ich schon besprochen. Genau. Und jetzt kommt August. August. Dann sind wir richtig. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Dann war das schon richtig. Das ist August. Genau. Und Merkur. Merkur ist in Zwillingen. Hier kannst du mit Nachrichten rechnen. Mit Gesprächen rechnen. Und das hat mit einer Reise was zu tun. Oder Ausland kann auch bedeuten, dass du lernst Fremdsprachen oder lernst du etwas Neues. 12. August ist Jupiter direktläufig. Jupiter hier ändert die Richtung und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Entweder deine Einstellung ändert sich oder du bestimmst eine andere Richtung. 12. August wird Uranus rückläufig. Uranus bremst dann hier etwas. Aber bedeutet auch Vergangenheit. Und das kann für dich bedeuten, Veränderungen im Alltag, in Partnerschaft, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit. Aber hier deine Einstellung in derselben Zeit ändert sich auch. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Wider. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Hier bei diesem Neumond. Und Neumond hat schon für dich eine besondere Bedeutung. Und hier bei einem Regulus Einfluss das mal verinnerlichen. Woher kommst du? Welche Ansehen hast du früher gehabt? Und Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Noni. 22. 25. 25. reversal冷 druckischer лärkische Glahnen. 25. Klimaw假. 25. 26. 25. 25. 29. 21. 24. Und das aktiviert bei dir den Freundeskreis, Bekanntenkreis und hat auch einen Einfluss auf den Ansehen, dass du mehr Anerkennung bekommst oder Respekt bekommst. Am 19. September passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Saturn wird direktläufig. Saturn beeinflusst unser Schicksal. Bis dahin ist er rückläufig, hat mit Vergangenheit etwas zu tun, bremst auch ein bisschen und dann dreht sich um. Und ab 19. September wird hier Saturn direktläufig. Da geht alles voran und dadurch verbessert sich die finanzielle Situation. 6. September ist Halbmond im Skorpion. 14. September ist Vollmond im Wassermann. 22. September ist Halbmond im Stier. 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrauen. Hier geht es um Liebe, Partnerschaft, gerade bei Mars, Venus, Energie und das ist alles im Geheimen. Und das soll deine Haltung sein, dass du schweigen sollst über dein Privatleben. Kann auch bedeuten, dass jemand versucht, da Einfluss zu nehmen oder hast du Neide. Hier liegen auch die geheime Feinde. Merkur befindet sich im Wagen. Und Merkur im Wagen hat einen Einfluss auf deine persönlichen Kontakte, aber auch im zwölften Lebensbereich. Das bedeutet Gespräche über Liebesleben. Und wenn du das jemandem vertraust, besteht die Gefahr, gerade mit dieser Sonnenenergie, was alles ins Licht bringt, dass jemand das erzählt, weitererzählt. Kann auch bedeuten, dass du Bekannte hast und diese Bekannte erzählt ihre Geheimnisse, ihren Lebensleben und so kommt ihr zum Gespräch. Aber was dich persönlich betrifft, in diesem Zeit lieber schweigen. Kann auch bedeuten, dass du geheime Neider hast und sie sprechen über dich und hinter deinem Rücken. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars bleibt im Jungfrau. Sonne ist im Wagen. 2. Oktober ist Halbmond im Schütze. Du bringst etwas ins Licht oder hast du eine ganz tolle Ausstrahlung, bist du hier wahrgenommen. Merkur, Venus ist im Skorpion, hat auch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Kommt einiges in Bewegung, lebst deine Weiblichkeit, bist du wahrgenommen. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Wider. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Wage. 5. Dezember Mars und Merkur ist im Wage. Das ist zum Erwarten, dass du jemanden überzeugst von deiner Meinung. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person mit dir kontaktiert und kommt ihr zum Gespräch. Sonne ist im Skorpion. Und Venus ist im Schütze. Das kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Kann auch bedeuten, du verlangst Wertschätzung in die liebe Partnerschaft. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Amarina, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. 2. Dezember